Hallo liebe Leute und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Pico Nico Koop Spiel. Janni freut sich jetzt schon auf die nächsten Level. Ich glaube, hast du mitgezählt? Ich weiß gar nicht, wie viele Level wir noch haben. Gleich fertig. Oh, dann war's das bald. Aber das Spiel mach... Ach, wie ist dein Auto? Nein, war doch nicht ohne mich. Mein Auto funktioniert nicht. Doch, ist es. Nein, ich steig immer aus meinem Auto aus. Ey, nein! 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 Das ist doch nicht dein Ernst! Klaut der mein Auto! Die Musik ist jetzt sehr Sims-lastig. Nein! Ich hab den Duplinkchen geschafft. Oh doch, oder? Ja doch. Gib mir mein Auto zurück! Nein! Nein! Nein, ich bin schon wieder im... Oh nein, der Looping-Hölle. Nein! Ich komm nicht durch den Looping! Die muss sich lenken! Nach vorne! Ja, okay! Ja, okay! Nöt, nöt, nöt! Nöt, nöt! Nöt, nöt! Nöt! Oh, ich brauch eine Abkürzung oder so, um dich zu kriegen! Oh nein, nicht schon wieder im Looping! Äh! Noch hab ich eine Chance! Oh, f- Komm her, du Autolieb! Ach, nöt! Niemals! Fahr, Junge! Na, da ist mein Kind drin! Jaaa! Verdammt! Okay! Ich ärgere mich mal ein bisschen. Aber ich mag die Musik. Aber ich wusste nicht, was dieser Knopf macht. Ich wollte jetzt nicht unbedingt anhalten. Komm zurück! Ich jag dich mit meinem Auto. Ach, es gibt doch Rätsel. Ich dachte, das Level wäre jetzt vorbei. Ja, was machst du jetzt ohne mich? Ich muss nicht warten, bis du da bist. Vielleicht muss ich da hochtreten oder was? Ja, wäre gut. Oh, nee. Erst klaust du mein Auto oder dann trittst du mich? Stimmt, andersrum wäre schlauer gewesen. Stimmt. Ah! Hä? Wieso ist das eine fast in der Wand drin? Ich weiß es auch nicht. Ich geh doch mal, ne? Ähm. Warte mal. Hilfe! Findet ihr noch was oder so? Lass mich doch nicht zurück! Okay, ne. Hier ist das Ende. Wir müssen irgendwie, glaube ich, so fast da hochklicken. Oh. Oder? Warte. Ah! Okay. Ja, oder so. Hätte ich es mal gleich probiert. Ich wollte noch zuerst im Ziel sein. Oh. Perfekt. Nein. Oh. Oh, ist irgendwie traurig, dass das Auto-Level schon vorbei ist. Weee. Komm, stimmt noch eins. Ja bitte. Ich liebe die Auto-Level. Clip. Oh nein. Oh nein. Wir sind wieder... Oh. Oh, das ist die Spielmusik sogar. Aus einer der Dörfer. Äh. Ach nö. Mit. Jani! Hilf mir! Ja komm doch mit jetzt! Ja komm du doch mit! Oh, der Ball hat... Oh, da ist noch ein großer Ball. Ich wollte grad sagen. Hallo, wir dürfen den Kleinen dich vernachlässigen. Oh. Ich mag den Großen lieber. Wir haben zwei Kinder. Ja. Ich bin zwar an dich herangeboten, aber du bist nicht meine Ehefrau. Mann. Dingens. Hör auf mich zu treten! Was fühlen wir hier für ne Ehe? Ne Qualitätiges. Scheinbar. Oh nein. Mit anders farbigen Kindern. Oh Gott. Hu! Hu! Hilfe! Machen wir ein Dreieck! Jetzt! Nein! So! In den Basketball-Kopf! Yeee! Dieser Ton! Oh nein. Au! Oh! Secret! Secret! Eh! Jawoll! Ich reingehe! Yay! Oh! Peak Regional 4. Wir haben uns verpasst. War bestimmt der Knopf im letzten Level. Der mit dem Ball meinst du oder was? Geh doch! Los! Rein da! Nein! Ja! Ich wollte doch! Jetzt! Nein! Kannst du? Ja! Ja! Du 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 du! Äh! Äh! Jani! Hallo! Komm! Ähm! Ja! Jetzt machst du dich aber extra absichtlich schwer! Ja! Wir brauchen den Kaktus! Nein! Oben liegt auch noch einer! Ja! Wie willst du den runterk- Wie willst du denn den Kaktus da hochkriegen? Nein! Ich will da nur rauf um hochzukommen! Ja! Oder wir springen gleichzeitig! Drei! Zwei! Eins! Okay! Nein! Nein! Ich kann so nicht springen! Ich hänge in der Luft! Darum brauche ich den Kaktus! Ach wir brauchen den Kaktus nicht! Wir machen die Speedrun Strats! Dass der sogenannte Kaktus gibt! Hör jetzt auf den Kaktus hochzukommen! Ja! Wie fühlt sich das an? Ja toll! Ja gut! Oh okay! Okay! Oh Gott! Oh Gott! Komm! Warte! Spring! Und so! Ähm! Ah okay! Müssen wir umkicken! Huiiii! Oh! Ah lol! Oh da sind Luftballons! Ah süß! Hätten wir da oben bleiben sollen? Wahrscheinlich! Warte! Äh! Jawoll! Oh das geht! Zum ersten mal geht das! Ich glaub wir haben jetzt ein bisschen was geskippt! Sag ich doch die Speedrun Strats! Der Kaktus gibt! Der Kaktus gibt! Äh! Oh das ist aber ein gruseliges Gesicht! Oh oh oh! Komm her! Sieht so traurig aus! Nee nicht! Das ist die Nase! Guck! Achso! Leute! Äh! Na? Ich bleib hier mal stehen! Warte! Ah! So! So! Weiter! Hier sind wieder Wolken! Nein! Wolken! Wolken! Ah! Wir müssen den Kaktusgib machen! Jetzt müsst ihr den wirklich lieber! Hallo! Ah! Nein! Jani! Du bist zu früh gesprungen! Ich mag sie in den Wolken! So schön hier! Wie auf dem Kopf stehe! Ja kick mich doch nicht! Ich bin eine Wolke! Komm doch mit! Ich bin eine Wolke! Ich hab ein neues Leben! Kaktusgib! So! Aus hier! Wo war doch noch mehr! Ach egal! Das ist viel Speedrun nicht relevant! Hui! Okay! Ah! Okay! Das ist noch Kaktus! Ich find süß, dass hier die Bälle mit Kakteen ersetzt wurden! Oh! Na komm! Komm! Nein! Den Kaktus! Hör auf mich zu treten! Den Kaktus! Den Kaktus! Äh! Äh! Das ist ja eine sportliche Variante von Wasserball! Jetzt? Ja geht doch! Das ist die ägyptische! Wasserball mit Kakteen! Aho! Äh! Hui! Oh! Das ist das Boot! Mein Boot! Haha! Du bist der Anker! Anker liegt! Haha! Sehr schön! Na! Komm! Nächstes Level! Jetzt! Jawoll! Tippi! Klepp! Auch nö! Hm! Lass dich ja nie raus! Hm! Nö! Na gut! Oh nein! Jetzt musst du mich lang! Jetzt musst du mich! Achso! Ah! Da ist der Gedanke! Oh! Es dreht sich weiter! Ah! 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 Damit kommst du ja wieder hoch! Super Secret! Oh! Das ist aber ein süßer Ball! Mini Ball! Ah! Okay! Muss ich dich hochkicken oder den Ball? Geh du mal darauf und drücken den Knopf! Oh! 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 So war das nicht gedacht! Ah! Und das bringt mir jetzt was! Kann es sein? Warte! Achso! Oh! Und jetzt kann ich das ja gewinnen! Jetzt musst du! Ah! Muss ich den Ball mitnehmen? Oh! Mach es einfach! Der Ball muss mit! Kann den Ball nicht treten! Die Kleinen dürfen nicht vernachlässigt werden! Hast du gesagt! Nein! Oh Gott! Du hast den Ball getötet! Mini Ball-Skill! Du hast den... Du hast den Ball getötet! Oh nö! Alles Speedrun-Straps! So! Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Na gut, okay! Oh! Okay! Speedrun! Schön hier! Oh! Verdammt! Da oben! Da oben war doch was! Ja ne! Wir skippen schon wieder zu viel! Wow! Ja dafür kann ich jetzt aber nichts! Das Spiel wollte mich skippen! Oh! Future is now! Hübsch! Das ist der Antagonist aus dem Spiel! Oh hier ist nichts! Okay hier ist nichts! Weee! Deine feschen Tanzmoves! Habe ich gelernt! Dreh mich! Kann ich nicht drehen! Verdammt! Oh hier sind irgendwie Steine! Aha! Hui! Wow! Okay! Ah! Die müssen wir gleichzeitig drücken! Ah! Aber hier ist auch ein Schalter! Ja geht doch! Der Ball äh das Schalter spawnt eben bestimmt nur ne... Ah fuck! Okay der Schalter hat irgendwie... Ach der Schalter aktiviert wahrscheinlich das Drehen da unten! Jaaa! Das kann sein! Und... Oh! Oh! Eingelockt! Der Ball skip! Äh! Äh! Geh doch! Jawoll! Oh Stein! Nein! Jetzt! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh da oben ist ein Secret! Wie kommen wir denn da rauf? Bestimmt! Ich bin ein Baum! Hui! Nein! Okay hier sind nur Steine! Und da unten ist auch ein Secret! Oh nein! Die sind aneinander gefesselt die Armen! Ah! Irgendwie müssten wir doch da rauf! Wie komm ich denn hier weg? Zu bald doch? ich weiß nicht ob die mir helfen oder vielleicht oben links ist doch ein secret komm ja wie wollen wir denn da hinten? na über die dicker hier ich kann doch kaum lenken mit meinem links alles muss man selber machen alles muss man selber machen ja ja ich bin ein handicapper ich weiß weiß ich doch jawoll ich sag doch ihr es ist ein secret hey wann wurde diese momentaufnahme gemacht dieses foto war nicht für die öffentlichkeit bestimmt stimmt du wieder mit deinem dance hier ich versuche sie das ist auch ein move der manchmal im leben hilft einen moment kann man jetzt durchlaufen bring die mal her ach nö sehr gut achso wir brauchen die drei bäder achso ja ja mensch da bin ich ja der mind so die drei haben doch ein schlimmeres schicksal als wir kommst du endlich hoch? ich muss doch sowieso hier unten sein alles muss man allein machen ach Gott wie viele knöpfe brauchen wir denn hier? wir brauchen noch die anderen beiden oder wir stehen auf den anderen beiden drauf ja aber da kommen wir ja nicht rein ja aber vielleicht dreht sich das da oben ja nur ja nie ja dahinten ne der dings ist dahinter da ist so ein schwarzes teil und da aber hier ist auch noch ein großer ball ne? ja aber der ist ja trotzdem nur ja danach haben wir ja den kaktus das finde ich ist ne Frechheit sich das also so anzumaßen aber wir hätten vielleicht hm weiß ich jetzt auch nicht ich steck fest aber passt der große ball überhaupt da rein? ich glaube nämlich nicht doch es gibt extra so ne molde für den großen hab ich grad gesehen guck da ja haben die sich was gedacht ja stell du dich mal drauf auf das letzte oder ich stell mich drauf ne warte mal du stehst dich drauf du stehst dich drauf nein ich stand doch drauf aber wir haben doch noch einen ball so jetzt kommt der kaktus runter ja eh eh nein ach ne schon wieder schon wieder nicht nein oh fuck Jani ja warte so oh nein was tust du? ich wollte die nur da rein treten jetzt oh nein der kaktus der kaktus warte jetzt schnell weg hier schnell weg hier ach man ok müssen wir die beiden mitnehmen sieht so aus oh oh Gott wie wird das denn mit den Bällen aussehen jetzt gleich deine Augen das ist wie ein Portal wenn man so ein Portal oben als unten macht ja da flippst du auch nur in eine Richtung ja ja metaphorisch gesehen mir wird von dem Bild schwanken schlecht Jani hör auf mit dem Scheiß hilf mir mit diesen Bällen ich bin beschäftigt leider gerade tut mir leid das findest du sehr entspannt ne ich krieg die beiden nicht hoch die sind zusammen gebunden so alles muss man selbst machen hier oh die springen ja gar nicht oh Gott man wie ja alles vibriert alles vibriert hier ist das Ende hier oben ist eine einsame Klippe ich schuldige ich schuldige ich schuldige ich schuldige hier oben ich schuldige hier oben ich schuldige Nee. Okay, Leute, wir gucken mal eben, ob es das... Okay, danke. Janni nimmt mir was voraus. Du hättest auch auf Level-Auswahl klicken können. Achso. Ja, kommen wir aber gleich. Was war... Was war denn die Melone? Oder was war die 9? Guck mal, die 9 hat mir gerade... Die 9 war das, ja. Was ist die Melone? Wir machen jetzt die Melone. Wir machen jetzt die Melone. Ah, das ist Kickball. Okay. Dann spiel wir das nochmal. Spielen wir doch eine Runde. Das bringt... Ach, schade, zählt nicht. Oh, nicht so cool. Jawohl. Äh, nein. Hä? Nein. Ja. Jawohl. Oh. Hör auf. Oh. Ah. Nein. Äh. Jawohl. Oh nein. Ja. Oh nein. Gewonnen. Ach, das geht nur bis 3. Süß. Okay, eine Runde noch. Deine Revanche. Jetzt wird es 2 gewinnt. Deal. Angriff. Oh. Oh, das wäre schön gewesen. Nein. Oh, das galt nicht schade. Was? Nein. Nein. Ja. Oh, fuck. Ach, stimmt. Man kann ja rollen. Nein. Roll. Ja. Nein. Das wäre ein perfekter Treffer. Nein. Oh. Jetzt hätte ich fast ein Tor gemacht. Oh, nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ja. Nein. Das kann ich wahr sein. Ja. Nein. Gewonnen. Willst du doch ein Revanche spielen? Ja. Ja, aber du stehst einfach mit mir unter dieser Wolke. Das ist richtig. Letzte Runde. Jetzt müssen wir spielen bis 3. Ich kann jetzt entweder die krasse Aufholjagd starten oder ich kriege einfach richtig aufs Mal. Ich wäre für das Zweite. Ja. Ja. Nein. Nein. Oh. Das ist nicht so cool. Ah, nein, das bist du nicht du. Also, das bist doch du. Aber das soll jetzt nicht du sein. Nein. Ich vergesse immer zu rollen. Nein. Das ist die falsche Richtung. Nein. Fast. Nein. Ja. Nein. Oh. Ey. Ey, dieses blöde Ding. Schubst du den Ball immer wieder zu dir. Nein. Nein. Das tue ich da. Nein. Ja. Ich habe dich so als Konfetti gewöhnt. Eins noch. Dann ist aber vorbei. Ja, aber dann steht es vielleicht 2-2. Ja, dann hast du deine Ehre wiederhergestellt. Ja, aber dann müssen wir auch um alles spielen. Also, können wir ja nicht mehr. Vielleicht verliere ich jetzt auch. Ja, die erste Regel war ja auch. Äh, die erste von 2. Ja, dann wolltest du doch eine Revank spielen. Ja, ich wollte deine Ehre wiederherstellen, aber okay. Ach, die Ehre wurde schon lange genommen. Sehr gut. Ich glaube, das war ein Eigentor. Oh nein. Oh nein. Oh, nee. Oh nein. Verdammt. Oh nein. Ah, es hat gegolten. Der war gar nicht drin. Skandal. Ey. Diesmal dich. Hallo. Komm schon. Nein. Nein, das war meine Chance. Ah, die Tricks, Alter. Das sind real. Oh nein, was mache ich? Ja. Das war in die falsche Richtung. Oh, schade. Das war leider ein Klepp. Nein. Oh. Verdammt. Was tue ich? Oh nein. Was tue ich? Wie wir beide losrollen. Huh. Komm schon. Nein. Was für eine Abwehr. Oh. Nein. Ach, ich bin nicht dumm. Nein. 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 Diesmal warte ich. Oh nein. 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 Oh nein. Nein. Oh fuck. Was mache ich? Nein. Nein. Ja, komm schon. Komm schon. Ja. Ja, bei dir klappt das natürlich. Nein. 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 Ja. Okay, du hast deine Ehre wieder hergestellt. So Leute, das war's mit Pico Nico. Ich hoffe, es hat euch gefallen und guckt auch bei Jani vorbei. Einen schönen Tag noch. Tschüssi. Macht das. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020